Bücher, überall Bücher, durch den kleinen Spalt in der Tür konnte man sie sehen, nicht nur auf dem Studiertisch zwischen den beiden hölzernen Regalen, deren einzelne Fächer sich ob der Last schon bedrohlich tief nach unten neigten, sondern auch auf dem Ohrensessel in der Ecke, auf dem kleinen Beistelltisch neben dem Bett, ja sogar auf dem Bett selbst lag ein Stapel von Pergamentrollen. Der Bote klopfte noch einmal zaghaft an der Tür. Die, nachdem sie sich ein paar Finger weit hatte öffnen lassen, nun auf einen kleinen Widerstand getroffen war. Ein knitterndes und knirschendes Geräusch war entstanden. Herr Deutsche Vittani? Die Frage kam leicht stotternd über die Lippen des jungen Mannes mit der gelb-blauen Botenuniform. Ich hab hier etwas für Sie. Stille. Dann ein rumpelndes Geräusch. Ein aufgequollenes, bärtiges Gesicht erschien im Türspalt. Die Augenringe schienen sich tief unter die Augen eingegraben zu haben und zeugten davon, dass dieser Mann wohl seit Tagen kein Sonnenlicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Auf dem Kopf trug der Mann, der anscheinend der gesuchte Magister Emeritus Deutsche Vittani war, eine speckige, rote Schlafmütze. Was ist denn? Ich arbeite hier. Können Sie das nicht sehen? Der Kopf wandte sich nach unten an die Türkante. Bei allen! Verflucht! Nein! Die hölzende Tür schlug den Boten wieder vor der Nase zu. Hinter der Tür konnte man wieder das Rascheln vernehmen. Und nun auch ein Fluchen. Alles kaputt! Nein! Nein, 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 nicht diese! Nach einem erneuten Rascheln ruckte die Tür in einem Satz weit auf. Und der dickliche Mann, dem man eine solche Anmut gar nicht zugetraut hätte, schnellte auf den Boten zu, packte ihn am Revers und begann ihn mit einer Hand heftig zu schütteln, während er in der anderen Hand ein paar zerknüllte und eingerissene Pergamentfesten den Boten vor die Nase hielt. Ein beißender Geruch aus seiner Mixtur von eingetrockneter Tinte, Papier, Leder und vor allem Schweiß drang in die Nase des sichtlich geschockten Mannes, der es nicht wagte, sich zu wehren. Wissen Sie, was Sie zerstört haben? Wissen Sie! Herr Dolcevitani wedelte immer noch mit den eingerissenen Pergamenten vor seiner Nase herum. Das ist das Werk einer ganzen Woche! Diese Tabellen und Fragmentformeln hätten es mir ermöglicht... Mit einem Satz ließ der dicke Magier von dem Botenjungen ab und schien sich wieder zu beruhigen. In einem letzten Anflug von Zorn warf er dem Boten die Pergamentreste ins Gesicht. Puffe! Weg! Alles weg! Ich kann von vorne beginnen! Haben Sie nicht gelernt, auf ein Herein zu warten, bevor Sie irgendwo hereintreten? Wer sind Sie überhaupt? Was wagen Sie sich, meine Forschungen zu unterbrechen? Verzeihung, Herr Dolcevitani! Für Sie immer noch Magister Extraordinarius Emeritus Verologica Dolcevitani. Bitte! Der dickliche Magier setzte einen herausfordernden Blick auf, während er sich seinen roten und mit dicken Schweißrändern unter den Achseln versehenen Morgenmantel mit den kleinen weißen einhornförmigen Stickereien gerade rückte. Sicher, Herr Magister Extra Optimus Antimax Spiller Opatico Dolcevitani. Ich habe doch nur einen dringenden Brief für Sie aus Jassafheim. Der junge Bote öffnete die braune Ledertasche, die er um die Schulter trug, und holte eine graue Pergamentrolle heraus, die mit einem roten Wachssiegel beschwert und versiegelt worden war. Schöne gut! Verzeihen Sie mir eine schlechte Maniere. Ich habe wirklich um meine Forschungen getrauert. Sie haben sie zerstört, guter Mann. Er seufzte noch einmal laut und streckte dann dem Boten die Hand auffordernd entgegen. Sie müssen hier unterfreien. Der Bote förderte ein weiteres Pergament aus seiner Tasche und reichte sie dem dicken Magier herüber. Dieser betrachtete das Schriftstück und begann laut vorzulesen. Wichtiges sind Schreiben aus Jassafheim. Ein Magister Emeritus Verlogicae zu Kuslik Cesare Dolcevitani. Absender Zarella Dolcevitani und Talion Erdpunkt von Silberbach Pandlaril. Der dicke Magier blickte kurz zum Boten herüber und dann leuchtete ein Lächeln auf seinem Gesicht. Er drehte sich herum und stolzierte wie ein Storch durch den Salat an den vielen auf dem Boden verstreuten Papyri und Büchern vorbei zum Schreibpult. Er nahm einen Kohlestift und quittierte das Formular des Boten. Ich erdanke dir für deine Mühen! Astig schwirrten die Augen des fülligen Mannes im Zimmer umher, ehe er erneut starkstens zum Bett hinüberging, das Kissen anhob und einen blau-goldenen Ringelsocken hervorzog. Klimpernd schüttete er einige Kupfermünzen aus dem Socken heraus und reichte sie dem Boten. Führ deine Mühen, mein Sohn! Der Bote wog die Münzen einen Augenblick in der Hand und überreichte dem Magier dann das andere Schriftstück. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Aves mit Ihnen und den Segen des Zwölfer, Herr! Cesare nickte nur stumm und wartete, bis der Bote die Treppe heruntergelaufen war, ehe er vorsichtig die Schlafzimmertür schloss, ein paar Bücher von dem alten Ohrensessel herunterräumte und sich auf selbigem niederließ. Mit einem langen Seufzer brach er das Siegel, das das Wappen der von Silberbach-Pandlarils zeigte, und begann zu lesen. Mein werter Cesare, verzeih bitte, dass ich es nicht schaffte, mich früher zu melden. Zu sehr war ich von den Eindrücken eingenommen, die sich näher boten. Vielleicht warst du ja selbst schon mal im prächtigen Arrivor, dem Sitz der Senne des Alten Reiches. Die Verehrung der Leuen wird in dieser Stadt der Gestalt betrieben, wie ich es sonst nur in Babuin erleben durfte. Wie du weißt, habe ich viele Städte bereist in den letzten Wochen. Ich war bei den Zyklopäern und kämpfte dort in der Arena von Retis, bis es mich in die heilige Stadt Arrivor verschlug. Ich bekam zwar keine Audienz bei seiner Hoheit im Schwerter-Schwerter wie Buren von Hengisfort und auch nicht beim Meister des Bundes und der Senne, Napolemo Iatorese. Aber dennoch konnte ich viel mit den dorthin Gewalten parlieren und ihren Rat einholen. Ich fürchte aber, ich habe den guten Brinn etwas überfordert. Ich hätte aus ihm beinahe einen Rodensteiner gemacht. Er hat wochenlang statt dem Schwert nur einen Federkirr gesehen. Brinn sagt mir auch immer, dass du ihm ja gesagt hast, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ich glaube, er beginnt langsam zu verstehen, was du damit gemeint hast. Ist dir aufgefallen, wie schnell er gewachsen ist? Er ist schon fast ein Mann. Als wir bei Mutter Rondra auf Hengisfort trainieren durften, wusste er gar nicht, wo er nicht nicht hingucken sollte. Das war das erste Mal, dass ich ihn derartig verwirrt sah. Ich kann ihm aber nicht für den rechten Umgang mit zyklopäischen Kriegerin beibringen. Sie unterscheiden sich in ihrer Offenheit schon sehr von den gängigen, garetischen Damen aus Weiden, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe dann das Gespräch mit ihm geführt, vor dem ich seit einiger Zeit fürchte. Ich habe ja schon mächtige Krieger zum Kampf herausgefordert, aber dieses Gespräch war eine Herausforderung der ganz anderen Art. Raya, hilf, dass ich die richtigen Worte gefunden habe. Aber verzeih bitte, ich schweife ab. Was ich dir eigentlich erzählen wollte. Auf meinem Weg zurück nach Belhanka traf ich in Silas Zarela. Unsere beiden Überraschungen waren groß und freudig. Sie hat Brin und mich für eine gefühlte Ewigkeit umarmt. Ich wusste gar nicht, dass sie seit Neuestem auch auf Handelsreisen geht. Sonst bist du doch immer derjenige, der das Haus in Belhanka verlässt und monatelang nicht zurückkehrt. Wie dem auch sei. Deine wunderbare Gattin berichtete mir aufgeregt, dass sie nach Yassaf heim müsste, um dort an einer Ausstellung teilzunehmen und sie brauchte Schutz und Unterstützung für die Reise dorthin. Auf dem kurzen Weg von Belhanka nach Silas hat sie fast die Hälfte des mitgenommenen Geldes an Wegzoll abgeben müssen. Auf dem Markt traf ich sie beim Vorhaben, Söldnervolk anzuheuern, dass sie ihren Weg über Winsalt nach Yassafalm etwas sicherer gestalten sollte. Natürlich habe ich es unterbunden, dass sie gemeines Söldlingsvolk anmiete, wenn doch Brin und ich zugegen sind. Wie zu erwarten haben die Halunke nicht sehr angenehm darauf reagiert. Schließlich haben Brin und ich ihnen ein lukratives Geschäft verdorben. Ein besonders großes und schwieriges Exemplar seiner Zunft hat deine Frau dann als fette, geldgierige Metze verspottet und vorher ausgespuckt. Das war der Zeitpunkt zu dem Brin das erste Mal in seinem Leben außerhalb eines Trainingskampfes sein Kurzschwert gezogen hat. Du hättest sehen sollen, wie er sich dem Fünfköpfe größeren Söldner starrsinnig gegenübergestellt hat, um das Ansehen deiner Frau zu verteidigen. Ich war so stolz auf ihn in einem Augenblick. Ein Augenblick lang wirkte es so, als ob die Zeit still steht. Brin hielt den Blick des finsteren Söldners Stand, der inzwischen auch seine mit schadenübersäten Säbel gezogen hatte. Der Finsterling wendete schließlich seinen Blick von Brin ab. Brins Reaktion werde ich ihm nie vergessen. Er schaute den Söldner herausfordernd weiter an und fragte den Mann dann sich umsehend zu den anderen Menschen auf dem Platz und mit lauter Stimme sprechend, wie er denn eine reiche Frau beschützen wolle, wenn er nicht einmal dem Blick eines kleinen Jungen standhalten könne. Daraufhin hieb der Finsterling mit seinem Säbel auf Brin ein, der, wie ich es ihm beigebracht hatte, den rechten Fuß zurücknahm, die Hüfte leicht seitwärts drehte und das Schwert mit überraschender Schnelligkeit zum Talionmelblock erhob. Als der alte Säbel und der feine, weidender Stahl sich trafen, kam es, wie es kommen musste und das rostige Hebinstrument des Söldners brach. Das war der Moment, an dem ich mich zwischen die beiden schob und dem Söldner klarmachte, mit wem er sich hier anzulegen versucht hatte. Kleinlaut und ungläubig auf die Bruchstücke seiner Waffe starrend, verließ der Hühner mit seinem Kumpad den Platz. Von diesem Tag an reisten Zarella, Brin und ich Genosten an Vinsight vorbei nach Briclo, wo wir bei den heiligen Schlachtfeldern den Totenhelden und Heldinnen bedachten. Dann reisten wir weiter Richtung Yassapheim. Ich habe mir dort aber fest vorgenommen, einmal mit Brin zur Furt der heiligen Talionmel zu reisen und dort in dem geweihten Wasser zu baden. Dann hätten wir wirklich alle Heiligtümer des lieblichen Feldes gesehen und erlebt. Unterwegs hat mir Zarella von deinen Studien erzählt. Sie kennt sich ja nicht so gut damit aus, aber hast du wirklich fast ein Jahr lang keinen Tempel mehr besucht und nur in der Studierstube gesessen? Was steht denn in diesen Briefen des ehemaligen Hofmagiers Galotta so Interessantes? Immerhin ist er ein gesuchter Verbrecher, das ist dir bewusst, oder? Zarella wusste davon nichts. Was hast du angestellt, Cesare? Dieser Galotta hat schließlich dem Ogerzug gegen das Reich geführt. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß, du gibst nichts um die Reichsangelegenheiten im Mittelreich, ja. Und hast dem Adel schon immer misstraut. Aber ein Reichsverräter kann doch nichts so lehrreiches Verfasst haben. Muss er die Oger erst auf das blau-golde Reich schicken oder gegen das Lilien-Banner, damit du die Bösartigkeit dieses alles erkennst? Philosophie, erklärte mir Zarella. Dieser Galotta hätte philosophische Schriften verfasst. Also nichts Schlimmes. Ich bin skeptisch. Wie dem auch sei. Wir reisten also gemeinsam und tauschten uns unterwegs aus. Wobei es Zarella nicht müde wurde zu fragen, ob ich denn jetzt endlich eine Rose für mich gefunden hätte. Ebenso wenig unterließ sie es mir vorzuschwärmen, dass ihre Gefühle für dich noch so stark sind wie am ersten Tag, wenn sie nicht gar jeden Tag wachsen würden. Ich habe es dir nie gesagt, aber ich habe euch beide immer beneidend. Gerade nach dem Gespräch mit Brinn ist es mir ein Bedürfnis, dir das einmal zu schreiben. Deiner Gattin habe ich diese Schau gestanden und sie hat mir daraufhin einen dicken Schmerz auf die Wange gegeben. Aber nein, eine Rose habe ich immer noch nicht gefunden. Und damit du und deine Gattin es wissen, ich suche auch nichts. Wenn Raya es so will, wird sich eine anständige Dame finden. Man sagt, die wahre Liebe kommt unverhofft. So wie bei dir und Zarella, oder? Als wir nun aber in Yassafain ankamen, gab es eine erneute Überraschung. Wir trafen auf dem Markt einen Mann mit einem großen Korb voll merkwürdig aussehender Früchte. Deine Gattin war sofort äußerst interessiert, denn die Früchte rochen sehr sauer und trotz dem Markttag mit seinen vielen Besuchern äußerst intensiv zu uns herüber. Als ihn der Mann ansprach und sich vorstellte, verzog der Mann erstaunt das Gesicht. Deutsche Vitani? fragte er, was Zarella bestätigte. Aber nicht die Deutsche Vitani ist aus Belhanka, oder? Bekannt durch den großen Magister Emeritus zu Kuslik Cesare Deutsche Vitani, wollte er wissen. Einigen später jauchzte er laut auf und stellte sich als Magister Major zu Cultium Felizio Castellani vor. Er behauptet, ein Studienkollege in deiner Zeit auf der Akademie der Geistreisen zu Belhanka gewesen zu sein und fragte uns zugleich allerlei Dinge über dich und deine Arbeit. Zu Beginn war ich skeptisch, aber der Mann stellte sich als durchaus ehrenhaft heraus. Er lud uns offen und herzlich ein, bei ihm im Gasthof zu verweilen und Erfahrungen auszutauschen. Als er von sich und Kundium erzählte, merkte man, wie Zarella gefallen an seinen Beschreibungen fand. Er schwärmte vom großen Gaukler fest, dass es dort bald geben würde. Und er hat seiner Gattin dann diesen Floh ins Ohr gesetzt, doch unbedingt ihre Backwaren auf diesem Fest zu feilen zu bieten, um den Tulabinen zu zeigen, was richtiges Süßgebäck wirklich ist. Zarella war ganz aufgeregt und sagte sofort zu. Nachdem Herr Castellani so von Zarella und ihrer Backkunst begeistert war und sich die beiden so gut verstanden, habe ich dann dezent angeregt, ob Zarella nicht den großen Eröffnungstanz beim Fest doch lieber mit dir anstatt mit einem fast Fremden begehen will. Brim meinte, Herr Castellani hätte in diesem Augenblick etwas finster zu mir rüber gesehen, aber das glaube ich nicht. Dafür ist er zu anständig. Zarella jedoch fand meine Idee außerordentlich und bat mich, dir sogleich diesen Brief zu schreiben. Außerdem bräuchte sie in Kunchen bestimmt jemanden, der ihr Gebäck vorher testet und sie meint, niemand kann neue Kreationen besser beurteilen als du. Ich finde, dass diese Reise doch die Gelegenheit für dich wäre, diese ganzen Bücher und philosophischen Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Mach es wie Brim, Cesar. Der musste auch lernen, dass die Welt nicht nur in Büchern zu finden ist. Daraufhin erwähnte der Herr Castellani, ich muss ja auch gerne mit dir über alte Zeiten reden möchte und einige aufschlussreiche Thesen zur Spherologie und Portal mit dir durchdiskutieren möchte. Du siehst also, wir alle vermissen dich und brauchen dich hier. Nun aber auch, Cesar. Wir warten auf dein Eintreffen. Wir verweilen bei Herrn Castellani, bis du eintriffst. Und dann reisen wir gemeinsam nach Kunchen. Klingt das nicht gut? Mit den besten Wünschen. Talion und Zarella. PS. Zarella bat mich, dies zusätzlich zu notieren. Mein lieber Mann, ich vermisse dich jeden Tag und mache mir immer Sorgen, dass du auch genug zu essen bekommst. Als ich dich verlassen habe, hast du unser Schlafzimmer fast in eine Studierstube verwandelt. Du bist nur aus dem Zimmer gekommen, wenn ich dich gebeten habe. Jetzt, wo ich auf Reisen bin, denke ich oft an dich. Ich möchte aber auch, dass du stets daran denkst, dass ein Dolce Vitani immer gepflegt und repräsentabel auszusehen hat. Also wasch dich, kämm dich und zieh dir was Ordentliches an. Und geh mal vor die Tür. Ich hoffe, wir sehen uns bald hier in Yassafheim-Wieber. Grüß mir bitte auch unseren lieben Sohn Kusimo, wenn er wieder zu Hause ist und du ihn siehst. Meine Gedanken sind immer mit dir. Mögen die Zwölfe deine Reise zu mir kürzen, auf das wir uns bald wiedersehen. Eine Träne rann auf dem unrasierten Wange des Magiers herab, als er den Brief beiseite legte und noch einmal tief Luft holte. Es schauderte ihn ein wenig, wie wenig er in den letzten Tagen an seine Frau gedacht hatte. Zu sehr hatte er sich in die Schriften und Ausführungen dieses Mannes verloren, der behauptete, aus Myranor zu stammen, jenem sagenumwobenen Land jenseits des großen Effort-Walds. Die Schriften beschrieben eine ganz neue Sicht auf die Cesare-bekannten Sphären und wie man diese nutzen konnte. Er wünschte, er hätte diesen Mann persönlich gekannt, um mit ihm diese Theorien zu erläutern. Vielleicht waren sie der Schlüssel dafür, wie man auf magischem Wege einen Weg nach Alvaran finden könnte, als Sterblicher, ohne zu sterben. Kurz schüttelte Cesare den Kopf, so heftig, dass ihm die alte Schlafmütze fast vom Kopf gefallen wäre. Dann stand er auf und ging hinüber zum Fenster. Mit einem Ruck zog er die Vorhänge beiseite und blinzelte ins Sonnenlicht. Er war in der Tat lange nicht nach draußen gegangen. Er wendete sich um und schritt aus dem Zimmer auf den Flur. Und noch am selben Tage verließ der alte Magier hastig und ohne große Vorbereitung sein Haus in Belhanka. Hinterließ seinem einzigen Sohn Cusimo eine Nachricht, wo er und seine Mutter zu finden wären. Wies die Diener an, sich gut um das Haus zu kümmern in seiner Abwesenheit und verließ auf dem schnellsten Wege die Stadt der Liebe Richtung Nordosten, Richtung Yassafheim. Und noch am nächsten Mal.